Wer bin ich? Was soll ich machen? Und was bedeutet Leben für mich? Diese Frage stelle ich mir jeden Tag aufs Neue. Und meine Antwort? Leben ist, mit bestimmten Menschen Zeit zu verbringen, Situationen zu einer Erinnerung machen. Leben ist, wenn die Zeit schneller vergeht, weil du den Moment gerade genießt, Trauer und Leid in Freude und Liebe umzuwandeln. Leben ist, das Nächeln von anderen zum eigenen machen und auch bei regnerischen Tagen die Sonne zu finden. Leben ist, aber Leben ist auch, Menschen zu haben, die dich unterstützen und ihr helfen. Freunde zu haben, die genauso sind wie du und die keine Scheu haben, sich lächerlich zu machen. Sachen zu machen, die man noch nie getan hat und darüber lachen, wenn sie nicht funktionieren. Und wenn da einer auf dem Boden liegt, dann ist immer eine andere Person da, um dieser zu helfen. Das ist Leben. Und am Ende des Tages liege ich im Bett und lasse all meine Erinnerungen auf mich wirken. Und weiß, dass es morgen weitergeht.